so wir sind hier wieder auf teamblock unterwegs wir haben sogar schon erste spieler hier also wenn ihr mitspielen wollt teamblock.eu ist die server ip muss jetzt mal schauen ich wurde heute ausgeraubt was ich noch an zeug habe und was weg ist ich habe ja auch schon meinen verzauberungstisch stehen bin glaube ich noch im rede leider habe ich jetzt natürlich keine erfahrung mehr weil mich dieses a.l.punkt erschlagen hat von hinten das werde ich mir merken so und weil ich das im kreativ gemacht habe gehst du baden ja ich bin ja auch ein intelligenz bolzen ich habe mich genau hierhin gewappt wollte eigentlich an den spawn will euch da was zeigen für alle spieler die nämlich neu anfangen hier ist eine infotafel um anzufangen gibt den befehl kit starter ein in den chat ein mit kit starter bekommt ihr ein paar lebensmittel 24 brot und für 14 äpfel glaube ich bin mir jetzt nicht ganz sicher im video video haben meine kinder früher immer gesagt mit war kommst du überall hin schau dich um das hier das hier ist unser chef unser big boss schäfchen 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 ja so da ich eine schöne pvp-nudel bin wir werden jetzt hunger games machen zuerst rüste ich mich neu aus machen wir uns schnell ausrüstung neue weil die ist ja fußt dank diesen ich weiß ich wieder nicht mehr wo mein blog war doch da vorne so gold soll gold sollte ich haben eisen sollte ich noch haben im ofen irgendwo nie habe ich kann es mehr aber ich habe ein inventar noch welches und in den kisten habe ich noch mehr als genug so wollen wir mal schauen ich laufe schon wieder völlig planlos durch die gegend so einen helm ein schwert eine hose einmal die fußens und eine brustplatte brauche ich noch so dann wäre dem ganzen schon genüge getan bin ich ausgerüstet auch wieder den rest baue ich in die kisten rein ich weiß nicht ob ich das verliere wenn ich dabei bei den games drauf geht das ist dann vielleicht ein bisschen was so dann geben wir ein flashwarp pvp mal was essen habe ich ja in einem video schon mal gezeigt inka klingst du join naja schauen wir mal da war ich ja schon nee da will ich nicht noch mal hin ich will nicht beginnen ich will wieder raus hoppa na geh mal aus als ritter so ich sehe dich aus ich sehe nichts Sollten dann nicht irgendwo Monster sein? Arme Shundi, hab's gut gemacht. Ich hör was aber ich seh nichts. Also diese blöden Dinger hier. Das ist ja sogar Lava. Lava Böse. Charge Creeper, wirklich? Das war wohl nichts. Das war nichts. So, schauen wir mal hier. Jesus. Jesus mag mich nicht. Ach du Liebe. Ich darf also keinen Schaden oder so nehmen. Das heißt ich muss hier irgendwie rauskommen. Wahrscheinlich. Ist ja auch Lava drin. Eieieiei. Ok, da geht's nicht weiter. Drei Leute leben hier. Ich weiß absolut nicht was ich hier machen soll. Hops. Wahrscheinlich bin ich wieder zu blöd um das ganze zu verstehen. aber ich bin ja nicht umsonst die pvp-nudel der läuft auch nach oben also machen wir das auch mal oh da geht es weiter und ihr müsst euch vorstellen das ist alles selbst gebaut ja wir haben einige sehr lange daran gearbeitet man sieht sie auch bei einem hotel das ich bauch mit manianka alles handarbeit kein world edit auch wenn joshita mal ein bisschen reingefuscht hat aber trotzdem world edit wollen wir nicht hier ist eine kiste langsam kriegt der sinn wir müssen hier gegeneinander kämpfen das heißt ich bin schon wieder mal völlig in dem falschen spiel gelandet also aus meiner sicht völlig falsches spiel der böse begleif nein das tust du nicht nein lass das ich hasse das lass das ich kann mich ja nicht wehren ich habe zwar pfeile aber keinen bogen ich werde hier betrogen das räumt sich das ist eine kiste da ist eine kiste da ist eine kiste ich komme kiste ich komme oh mehr ausrüstung nix ich süße mal den drank ah der kommt hilfe der hat es auf mich abgesehen der will mir tot machen das böse der chef mag mich nicht mehr der chef kippt mich nein aber er schießt wenigstens ganze zeit daneben jetzt nicht mehr jetzt bin ich tot das ist So, wir werden uns jetzt rächen am Peak, Golem, Hit to Join, gut, Golem, und weiter, Golem. Rechtsklick auf den Eisenblock, um zu starten, kriege ich da irgendwie, irgendwo, irgendwas? Du musst first pick a class, ja, wo sind die Kassen bitte? Ich sehe hier nichts. Du hast chosen, nein, das ist your class, okay, also bin ich ein Ritter. Aber irgendwie geht es so ziemlich. Ah, jetzt. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich jetzt Golems killen muss. Das ist meine Spinne. Und das war blöd. Oh, jetzt komm. Fakt. Ui, ui, ui. schon wieder ein geladener ich will aber noch mal das war lustig da sieht man was Also das ist wirklich nichts für mich. So, ich hoffe ihr hattet Spaß daran, zu sehen wie ich mich blamiere. Ich will nur kurz was schauen. Ne, also verdient habe ich nichts dabei. Was mache ich denn da? Kabel im Weg. So, eines versuchen wir noch. Uga, Hit Uga, was auch immer Uga ist. Ich glaube, als Tank bin ich am besten unterwegs. Schauen wir mal, was ist Uga? Uga, Uga. Ich glaube, wir helfen. Ich glaube, wir helfen. Wo kommen die denn alle her? Oh, ich habe die Feder als Reward. Mhm. 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 Ich muss da kurz mal weg. So. Wie? Wie kommt die denn jetzt her? Upsala. So, jetzt schauen wir mal, ob ich irgendwie Geld verdient habe. Ähm, hallo? Wie gefällt mir das gerade nicht, was ich sehe? Nee? Na gut. Lass uns aber trotzdem für heute gut sein. Wenn es euch gefallen hat, wie ich mich blamiert habe, dann hinterlasst doch ein Like, Kommentare. Und wenn ihr neu seid auf dem Kanal, bitte abonnieren. Da unten ist ein Männchen dafür. Du haust mir bitte her, bitte nicht aufs Mikrofon. Danke. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. Bis dann.